Shalom, Shalom. Ja, ich habe wieder die Ehre, das College für Evangelism neu vorzustellen. Ich sage euch, da geht die Post ab. Menschen, die kommen oft noch sehr zerbrochen und entmutigt, die werden hier aufgebaut und erfahren, wer sie sind in den Augen Gottes. Und da sage ich euch, da wird keiner zu kurz kommen, denn Gott liebt jeden von uns und Gott hat einen Auftrag für jeden von uns. Und jetzt in diesen Tagen erkennen wir mehr und mehr, dass unser eigentlicher Auftrag ist, Vertreter, Botschafter des Königs aller Könige zu sein. Und ich erlebe diese Schule, jetzt selbst dieses College und ich bin begeistert von dem veränderten Leben. Und da jetzt die Räume schon viel zu klein werden, ja, es kommen so viele und wollen so viele kommen, gibt es eine Gelegenheit jetzt, seine Finanzen zu investieren in etwas, was dir Ewigkeitswerte schenken wird, was dir einfach die Herrlichkeit Gottes offenbaren wird. Ich investiere jetzt alles ins Reich Gottes. Und der Herr segnet und segnet und segnet. Der Herr sagt, gib und du wirst empfangen. Und jetzt gebe ich meiner wunderbaren Schwester Gaby Löstlein das Mikrofon und sie wird dir sagen, wie du dein Geld, das du vielleicht auf der Bank liegen hast und bald wird es nichts mehr wert sein, noch investieren kannst, um Reich Gottes zu fördern. Ich liebe euch und ich danke euch für eure Bereitschaft mit dem Herrn, sein Reich auf diese Welt herabzubringen. Und zwar, wie wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Auftrag. Also, Shalom, Shalom. Ihr Lieben, wir sind selbst total überwältigt von dem, was Gott hier gerade tut. Und wir sind begeistert, denn wir sind hier ja nur als Verwalter eingesetzt. Und es ist Gott, der das alles wirklich auf dem Herzen hat und der das alles möglich macht. Wir haben hier eine wunderbare Runde von einem ersten College of Evangelism gehabt. Und wir sind begeistert durch was für Prozesse jeder einzelne Teilnehmer und auch wir als Mitarbeiter, als Leiter gehen durften. Wir möchten wirklich erleben, dass das auch für andere Leute möglich wird. Und wir stellen fest, wir kommen echt an Kapazitätsgrenzen, sowohl der Raum als auch die Technik. Wir haben viel hin und her improvisiert und das war jetzt eine wunderbare Zeit. Aber jetzt haben wir einige Anfragen und einige Mitarbeiter, die noch mit dazu stoßen. Und wir bekommen wirklich Raumprobleme. Wir haben gerade das totale Luxusproblem, dass wir feststellen, hier sind einige Häuser noch zum Verkauf angeboten. Hier sind Räume, wo wir die Veranstaltungshalle auch vergrößern könnten. Aber wir haben diese Finanzen nicht. Und wir wissen, Gott hat da alle Möglichkeiten. Wir möchten es euch einfach ans Herz legen, zu beten, ob das was ist, was Gott euch aufs Herz legt. Ob ihr mit hinein investieren möchtet in das, was Gott hier gerade im College of Evangelism im Dresenprojekt tut. Und wenn ihr das auf dem Herzen habt, dann freuen wir uns mega darüber, dass ihr Teil davon werdet, was Gott hier angefangen hat und was er noch weiter ausbauen will. Denn unser Herz schlägt dafür. Wir sehen, da kommt eine große Ernte. Wenn wir beim Outreach auf der Straße sind oder wenn wir in unserem Alltag mit Menschen in Kontakt sind, wir spüren, die sind so offen dafür, dass Jesus in ihr Leben kommt und alles verändert. Und wir wollen das wirklich sehen, dass dieser Same, der jetzt schon gesäht ist, aufgeht und dass Menschen zu Jüngern von Jesus werden und wieder Menschen zu Jüngern machen. Und dafür stehen wir hier. Das möchten wir hier erleben und dafür lassen wir uns von Gott einsetzen. Wenn du das auch auf dem Herzen hast und du hast die Möglichkeiten, mit hinein zu investieren, dann freuen wir uns sehr, sehr, dass du mit uns hier im Dresenprojekt das baust, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und Fabian wird euch noch mal mehr Einblick geben in das, was ihn bewegt hat, mit dem College of Evangelism zu starten und was er jetzt erlebt, wie das ganze College läuft. Hallo, mein Name ist Fabian Lößlein. Ich bin der Leiter vom College of Evangelism. Und mir hat Gott letztes Jahr aufs Herz gelegt, eben das College of Evangelism zu gründen. Und meine Motivation war, ich habe sehr, sehr viele Gemeinden zum Thema Evangelisation trainiert und musste mit Schock feststellen, dass einige Christen, also sogar 70 Prozent der Christen, die ich trainiert habe, das Evangelium nicht wirkungsvoll teilen konnten. Und da ich früher aus dem Verkauf komme und da auch schon als Verkaufstrainer tätig war, habe ich von Gott die Berufung bekommen und den Auftrag, eben genau dies zu ändern. Und wir machen das College of Evangelism, weil wir Leuten helfen möchten, eben Menschenfurcht zu überwinden, ihnen die richtigen Worte geben möchten, das Evangelium wirkungsvoll zu teilen und da wirklich eine Generation auszurüsten in Deutschland von Evangelisten, die das Evangelium wirkungsvoll und hocheffektiv predigen können.